Saint ist einer meiner Lieblingsmenschen. Kim Kardashian schockiert aktuell das Netz mit dieser Aussage. Auf der Website Reddit tauchte ein Clip auf, in dem Kim ausplaudert, welches ihrer Kinder sie besonders gern hat. Es handelt sich um den Zweitältesten der Rasselbande, Saint. Ich finde, es ändert nichts daran, es ist die Realität. Ich war ein Jahrzehnt lang selbst der Liebling meiner Mutter, erklärt sich die Unternehmerin in dem Video. Jetzt habe diese Position ihre Schwester Kylie Jenner eingenommen. Wie alt der Clip ist, kann man nicht genau sagen, da es ein Ausschnitt von Keeping Up With The Kardashians ist. Ihr Ex Kanye West sitzt in dem Interview neben ihr und findet die Aussagen von Kim völlig unverständlich. Es sei nicht gut, wenn Eltern offen zugeben, dass sie eines ihrer Kinder mehr mögen als ein anderes. Und auch ein Teil von Kims Fans zeigt es sich entsetzt. Kinder merken es, wenn ein Elternteil die Geschwister bevorzugt, twitterte beispielsweise ein Nutzer. Ob sie heute immer noch zu ihrer damaligen Meinung steht, ist unbekannt.